Ja, herzlich willkommen in der Praxis Miracura. Mein Name ist Christoph Arnold und ja, ich biete Therapie und Coaching an. Und ja, jetzt habe ich ja diesen Oberbegriff Win-Win-World. Und da geht es darum, dass möglichst viele Seiten gewinnen von etwas. Und ja, wie kann denn jetzt da jemand gewinnen? Denn natürlich erhoffe ich mir, dass ich dir helfen kann mit meinen Angeboten, die ich habe. Egal ob therapeutisch oder coachingmäßig. Und ja, ich habe natürlich auch was davon, wenn ich zum einen sehe, dass bei dir eine Verbesserung eintritt. Und zum anderen, ja, pekunär habe ich auch was davon. Und natürlich haben auch noch viel mehr Seiten was davon. Nämlich vielleicht dein Partner, Partnerin, deine Familie, die Arbeitskollegen, der Arbeitgeber. Und vielleicht im Endeffekt die ganze Welt, weil du etwas mehr Zufriedenheit ausstrahlst. Und Zufriedenheit, da ist Frieden drin. Und je mehr Frieden wir ja in die Welt hinein strahlen können, desto günstiger ist das natürlich. Einfach weil ja auf der anderen Seite so viel Negatives in der Welt ist. Und wenn wir da entsprechend etwas bewirken können, ist das nicht toll? Also einfach dadurch, dass du dich entscheidest, jetzt an einer Thematik zu arbeiten, die dir gerade nicht gut tut. Und wo du dann natürlich auch eine Unzufriedenheit ausstrahlst und nicht die volle Energie nutzen kannst, die ja immer zur Verfügung ist. Dann ist es eben hilfreich, wenn du da etwas dran tust. Für alle Seiten. Und ja, das ist einfach etwas, wo ich wirklich Spaß dran habe, wo ich sage, ja, das ist mein Ding. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir auch helfen, ja, ein bisschen mehr dich selber zu verstehen. Warum, wieso, weshalb etwas funktioniert. So dass du ja möglichst in Zukunft selber agieren kannst. Dass du mich nicht mehr brauchst. Hä, jetzt mache ich mich ja arbeitslos. Naja, ich glaube, es sind noch genügend Menschen auf der Erde, die Hilfe benötigen. Von daher habe ich kein Problem damit, denn da werden sicherlich neue Kunden auch kommen. Und vielleicht empfiehlst du mir ja auch die eine den anderen, weil du sagst und gemerkt hast, wow, der hat mir geholfen. Jetzt bin ich irgendwie anders. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn du dann nach entsprechender Hilfe von meiner Seite dann das weiterempfiehlst und wirklich sagst, Mensch, ich kenne da jemanden, der kann dir vielleicht helfen. Natürlich ist meine Sache nicht für jeden etwas, nur es ist eben schön, wenn möglichst viele Seiten gewinnen können, weil dann haben wir alle was davon. Wir haben alle was davon, wenn die Menschen zufriedener sind. Und ja, wenn du ein Problem nicht mehr hast, denke ich mal, dass du schon ein Stückchen zufriedener bist, oder? Auf jeden Fall kannst du dir das jetzt sicherlich ganz gut vorstellen, dass wenn du dein Thema nicht mehr hättest, du sicherlich besser drauf wärst, oder? In diesem Sinne passt eben mein Angebot Praxis Mirakura auch in dieses Win-Win-World-Konzept, wo ja möglichst viele Seiten einen Gewinn haben von allen Aktionen, Aktivitäten, die ich, die du machst. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit, alles Gute, bis dann.